Ein wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 249. Folge der Honigwabe und damit auch willkommen an meinen friedliebenden Co-Host Kasper. Jo, Lavendelwasser, Leute. Wir haben Kritik von Fräulein Sauerbruch auf Twitter. Die hat, ist nicht wirklich Kritik, aber passt so schön den Anfang. Die hat auf Twitter einen Screenshot gepostet von, ich weiß nicht, Reddit? Ist das Reddit? Ja, r slash Beziehung, also quasi Reddit Relationship Advice machen wir jetzt. Ja, ich lese einfach mal vor, ja. Mein Freund ist rechts. Also ich, weiblich 22, habe ihn, männlich 24, in der Uni kennengelernt. Sind jetzt zehn Monate zusammen. Ich wusste schon vorher, dass er ein etwas zurückgebliebenes Dorfweltbild hat. Anfangs war das auch noch nicht so schlimm. Er war offen und wollte lernen. Aber ich glaube, er will das gar nicht. Er sagt ständig Dinge wie, wegen der ganzen Ausländer ist es hier sehr gefährlich. Bei uns im Dorf gab es eine Matratze, hier ist jede zweite eine Matratze. Und in den Club will er auch nicht. Zitat, das ist der abschaumte Gesellschaft. Dorf Disco ist da gegen Hochkultur. Im Endeffekt möchte er nicht, dass ich mit meinen Mädchen in den Club gehe. Er darf aber in den Pub. Würde mich da total langweilen. Dazu kommt noch, dass er sich auf Part 2, jetzt waren da schon ein paar Dinge dabei, die Satzzeichen, die sind also mangelhaft mindestens, gar nicht, schreibt man gar nicht zusammen. Und erstens heißt es nicht auf Part 2, sondern einfach nur Part 2. Und Part 2 schreibt man nicht so, aber das ist noch am Rande. Dazu kommt noch, dass er sich auf Part 2 jeden Sonntag so einen rechtsextremen Podcast anhören muss. Ich habe immer so getan, als ob es mich nicht stört. Ich dachte, er wird hier schon irgendwann liberaler und weltoffener. Aber es wird jeden Tag schlimmer. Nun möchte er dieses Jahr nach seinem Studium wieder in seinen Hinterwälder, Hinterwälder, müsste Hinterwälder heißen, Dorf ziehen, was für mich gar nicht geht. Aber ich will weiter mit ihm zusammenbleiben. Ich liebe ihn wirklich. Aber wie kann ich ihn dazu bringen, liberaler und weltoffener zu werden? Tja, ich würde raten, am ehesten noch, indem du tatsächlich in seinen Hinterwälder-Dorf mit ihm ziehst. Ich würde raten, wenn er da weniger konfrontiert ist mit den Problemen, die wir hier besprechen, dann hört er vielleicht auf, diesen rechtsextremen Podcast zu hören. Dann wird er plötzlich ganz friedlich. Oder du fasst dir halt mal ein Herz und hörst halt mal mit rein, wenn er seinen komischen, rechtsextremen Podcast, ich nehme fast an, das ist, wenn wir gemeint sind oder auch nicht, es wird sich da wahrscheinlich um einen Podcast richten, der sich an normale Menschen richtet. Und nicht um einen rechtsextremen Podcast. Von daher, setz dich doch mal hin und hör doch mal zwei, drei Folgen. Vielleicht stellst du ja fest, dass er nicht liberaler und weltoffener werden muss, sondern du einfach hasserfüllter. Ja, und dann könnt ihr gemeinsam euer Leben verbringen bis in alle Ewigkeit. Ich wünsche euch alles Gute. Ich finde sogar, das war eigentlich Kritik, denn safe sind wir damit gemeint. Also welcher rechtsextreme deutsche Podcast läuft denn noch am Sonntag, am Sonntagabend? Ja, gern geschehen. Das stimmt. Gut, dann kommen wir zu den angegriffenen Politikern. Ja, am Donnerstag und Freitag sind insgesamt drei Politiker in Deutschland angegriffen worden. Ihr habt das sicherlich mitbekommen. Der SPDler Matthias Ecke in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten. Der grüne Rolf Vlies, ich glaube, so heißt er. F-L-I-S-Z. Verwirrt mich so ein bisschen der Name. Könnte auch Fliss heißen, aber S-Z ist eigentlich ein langer Vokal davor. Aber da würde ich mir ein I-E wünschen, aber ist doch scheißegal. Ja, der grüne Rolf Vlies, das war in Essen auf dem Hainweg und der AfDler Holger Kühnlenz an einem AfD-Infostand in Niedersachsen. Der hat da Wahlkampf gemacht. Jetzt will das natürlich jede Seite für ihre eigenen Zwecke ausschlachten. Das ist auch wirklich verwerflich. Problematisch ist halt, dass die eine Seite sowohl Rückendeckung der Politik als auch der Feind Presse hat und das treibt dann teilweise groteske Blüten. Fangen wir deshalb mal beim Fall Rolf Vlies an. Das ist der Grüne, der in Essen auf dem Heimweg verprügelt wurde. Ich lese vor. Der grünen Bundestagsabgeordnete Kai Gehring und sein Parteikollege Rolf Vlies sind eigenen Angaben zufolge in Essen nach einer Parteiveranstaltung attackiert worden. Gehring teilte am Freitagabend auf seiner Facebook-Seite mit. Gestern Abend entwickelten sich aus einem für uns typischen, zufälligen und zunächst freundlichen Bürgergespräch unvermittelt üble Bleidigungen gegen uns beide und eine spontane körperliche Attacke gegen Rolf Vlies. Der Vorfall habe sich am Donnerstagabend auf dem Nachhauseweg nach einer Veranstaltung der Grünen ereignet. Beide seien von einer Gruppe Passanten angesprochen worden. Dabei soll es nach Angaben der Polizei zu einem Streit gekommen sein, bei dem Vlies ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Der Kommunalpolitiker sei dabei leicht verletzt worden. Zudem sollen beide Politiker beleidigt worden sein, wie die Beamten weiter mithalten. Die beiden Tatverdächtigen seien dann in einem Taxi in Fahrtrichtung Innenstadt geflüchtet. Der Staatsschutz ermittelt. Es könne sich um eine politisch motivierte Tat handeln, ist es in der Polizeimeldung. Die Fahndung nach den Tatverdächtigen sei bislang erfolglos geblieben. Die Ermittler suchen Zeugen. Der Herr Vlies hat dann auf Facebook am Freitag um 18.20 Uhr nochmal Stellung genommen. Ich erspare euch den Text da, weil der Informationsgehalt, der ist nahe Null. Es gab aber über 200 Kommentare unter seinem Beitrag und drei davon will ich euch mal vorlesen. Bergtorsgalli Ingfason schrieb gemeinsam gegen Hass und Hetze. Die demokratischen Parteien müssen aufwachen. Die Kampagnen von Aiwanger, CSU und manchen aus der Ampel ermutigen AfD-Nazis und Konsorten. Hoffe, es geht dir besser. Hashtag no AfD. Ein Jonas Paul hat geschrieben, aus dem allgegenwärtigen Grünen-Bashing und dem Grünen-Hass, den auch einige Politiker demokratischer Parteien gerne bedienen, wird leider immer häufiger reale Gewalt. Wenn man immer wieder das Feindbild der Grünen bedient, die an allen tatsächlichen und eingebildeten Problemen schuld seien, finden sich auch immer häufiger Menschen, die meinen, die Vollstrecker des gesunden Volkszorns spielen zu müssen. Eine verbale Abrüstung, mehr Sachlichkeit in der Debatte und vor allem Solidarität unter allen DemokratInnen ist dringend notwendig. Und ein Axel Hegmann hat geschrieben, Gott sei Dank, dass ihr das unbeschadet überstanden habt. Aber ist leider nur noch eine Frage der Zeit, wann es richtig schlimm wird. Es sind ja nicht nur AfD-Nazis, die Grünen-Hass verbreiten, wenn selbst Demokraten wie der Vizepräsident des Bundestages aus der FDP Grünen-Bashing betreiben. Wenn man Leserbrief und Meinungen im Lokalteil der WRZ fassungslos liest, ist eine Entklugung bis hin zur Enthemmung inzwischen gesellschaftspolitischer Alltag geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit 72 noch einmal so etwas erlebe. Alles Gute. Das Problem sind also die AfD-Nazis und alle anderen bis hin zur FDP, die gegen die Grünen hetzen würden. Finde ich auch interessant, dass sie da eine solche Verortung von der Bruchstelle vornehmen, im Sinne von, wenn wir auf die Druck ausüben, wenn wir denen das in die Schuhe schieben, das könnte auch dann irgendwie wurken. Bei den AfDlern, also ist uns ja scheißegal, was diese Leute da auf Facebook sagen, aber wenn du eine Stimmung erschaffst, die jegliche Kritik, selbst die zahme Kakservative-Kritik von einem Kubicki damit in einen Topf wirft, dann könnte ein Kubicki tatsächlich seinen Sprachschatz umwälzen. Und darauf zielen die halt ab, was klug ist. Und ich meine, ich drücke ihnen alle Daumen dabei. Also wenn die einen Kubicki damit eingeschüchtert bekommen, gerne, sollen sie. Da bin ich ganz bei dir. Ich sagte ja vorhin schon, dass der Facebook-Beitrag von Rolf Vlies vom Freitag 18.20 Uhr ist. Drei Minuten zuvor hat die Westdeutsche Allgemeine Zeitung einen hochinteressanten Titel zu der Causa veröffentlicht, aus dem ich euch etwas vorlesen muss. Zu der Auseinandersetzung sei es gegen 22.20 Uhr vor dem italienischen Restaurant Il Pomodoro auf der Rüttenscheider Straße 227 gekommen. Zwei Männer, also Vlies und Gehring, hätten sich zunächst mit einer Gruppe von Männern unterhalten, die als arabisch stämmig, Klammer auf. Ich wusste nicht, dass das kommt. Ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Klammer auf. Südländischer Phänotyp, Klammer zu, beschrieben werden. Dann sei die Stimmung gekippt. Der Geschädigte erhielt zwei Schläge mit der flachen Hand, einen gegen den Kopf, den anderen gegen den Hals. So Polizeisprecher Hendrik Ayer. Ja, also Hass und Hetze. Ja, das grüne Bashing und so weiter ist schuld. Ist schon gar, das sind die AfD-Nazis gewesen, arabischer Geschmacksrichtung. Die Zustände sind halt so übel geworden im gesamten Land, dass stochastisch es irgendwann wahrscheinlich wird, dass auch irgendwelche Parteileute bei Wahlkampfveranstaltungen einfach nur wegen aggressiven Migrantenhorden von aggressiven Migrantenhorden angegriffen werden. Sie haben diese Situation erschaffen und jetzt können sie quasi die noch ernten, die Früchte davon ernten, die so aussehen, dass du dich halt als Opfer hinstellst vom politischen GK. Ja, ich halte mich noch zum Beispiel an den Sohn von Ralf Stegner, heißt der, ne? Pöbelralle. Den haben sie auch zusammengelatzt. Und das ist so ein Typ, der, wie war denn das? Ich glaube, der hängt irgendwie rum oder sammelt Spenden oder so einen Scheiß für Seebrücke e.V. und so eine Kacke. Und den haben sie richtig schön zusammengewichst. Also ich will nicht sagen, da hat es mal den Richtigen getroffen, aber da hat es halt mal den Richtigen getroffen. Anstatt den, der diese Zustände hier nicht haben will und den es dann trifft, dann lieber die, die genau diese Zustände haben wollen. Gut, unsere geliebte Innenministerin Nancy Antifa Faeser hat sich zu dem Fall übrigens auch geäußert. Ich zitiere, auch diese Tat ist ein weiterer Angriff gegen unsere Demokratie. Egal ob im Osten, Westen, Norden oder Süden, auf dem Land oder in der Stadt, alle Demokraten müssen diesem zunehmenden Klima der Gewalt entgegentreten. Das fängt mit verbalen Abrüsten an. Ja, wie mir sicher die Araber, die dem Grünpolitiker in Essen einige klatscht haben, die werden nochmal darüber sinnieren, ob sie nicht verbal abrüsten wollen. Das ist nämlich exakt derselbe Fall, zu dem sie sich hier äußert. Und der Post von ihr, der wurde übrigens einen Tag nachdem wir bei BRZ erfahren haben, dass die Tatverdächtigen vermutlich Araber sind, abgesetzt. Also man hätte das eigentlich wissen können als Ministerin, dass man da mal wieder den Griff in die Flusschlüssel tätigt. Gut. Verbales Abrüsten, es wird von der AfD und AfD-Wählern in einer Tour gesprochen als Rattenhaufen Scheiße und so weiter. Wir haben einen Böhmermann im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der zur besten Sendezeit verkündet, man sollte uns keulen, also systematisch umbringen. Also was Vergleichbares gab es jemals auf einer großen Bühne gegen die Grünen? Ja, es wäre mir neu, wenn ich so einen Fall mal zu sehen bekomme. Dann kommen wir jetzt zu dem SPDler Matthias Ecke. Das ist der, der in Dresden beim Wahlplakate aufhängen angriffen wurde. Ecke hatte mit ein paar Kollegen am Freitag spätabends Plakate in Dresden aufgehängt. Dann ist eine vierköpfige, dunkelgekleidete Gruppe 17- bis 20-Jähriger erschienen und hat auf Herrn Matthias Ecke eingeschlagen. Und zwar der, dass er ins Krankenhaus musste und operiert werden muss. In mehreren Artikeln ist von Gesichtsverletzungen die Rede, die Bild, wir mittlerweile erfahren haben, dass er einen Cut unterm Auge und einen Jochbeinbruch erlitten haben soll. Ich bin gespannt, was daraus kommt. Mich wundert es so ein bisschen, dass man das nicht mit ein oder zwei Fotos so ein bisschen ausschlachtet. Aber gut, warten wir mal ab. Minuten, ich zitiere hier, Minuten zuvor hat dieselbe Gruppe mutmaßlich in unmittelbarer Nähe schon mal zugeschlagen. Da soll es einen 28-jährigen Wahlkampfhelfer der Grünen getroffen haben. Das erfährt man bei der Süddeutschen Zeitung. Und was wir noch erfahren ist folgendes, Zitat, ein Zeuge habe die Angreifer dem rechten Spektrum zugeordnet. Zitat Ende. Warum hat er das? Wir erfahren es nicht, Schlomo. In keinem der zahlreichen Artikel. Ja, und wäre das ein triftiger Grund gewesen, dann würde er sich ja eigentlich auch gut schreiben in so einem Artikel. Das ist so wahr. Heute ist dann ein 17-Jähriger namens Quentin J. mit seiner Mama zusammen bei der Polizei vorstellig geworden und hat sich scheinbar dazu bekannt, den Herrn Ecke niedergeschlagen zu haben. Die Polizei Sachsen schreibt dazu auf Twitter, Nach den tätlichen Angriffen in Dresden-Striesen am 3.5.2024 hat inzwischen unsere Taskforce Gewaltdelikte die Ermittlungen übernommen. In der Nacht meldte sich ein 17-Jähriger auf dem Polizeirevier Dresden-Süd und gab an, dass er der Täter sei, der den SPD-Politiker niedergeschlagen habe. Der Jugendliche ist bisher noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Zu den weiteren, durch die Zeugen benannten, bisher unbekannten Tatverdächtigen dauern die Ermittlungen an. Der Twitter-Account hat das Geld, hat dann in den Kommentaren mal nachgefragt, gibt es Ermittlungsergebnisse, wonach der Täter ein Neonazi oder dem rechten Spektrum zuzuordnen ist, wie Medien und Politiker behaupten. Und als Antwort, ihr könnt es wahrscheinlich gerade sehen, gab es dann einen Verweis auf den Ausgangstweet, der diese Fragen eben genau nicht beantwortet. Der Twitter-Nutzer Waffels2 hat es an anderer Stelle auch nochmal versucht. Er hat die Polizei Sachsen Folgendes gefragt. Sehr geehrte Polizei Sachsen, in den Medien wird behauptet, dass Zeugenaussagen getätigt wurden, die die Täter dem rechten Spektrum optisch zuordnen würden. Meine Frage, stimmt dies und inwiefern kann man dies optisch feststellen? Die Antwort der Polizei, ich zitiere, dazu liegen uns keine Informationen vor. Wie kann das sein? Also wurde das nur den Medien gegenüber geschildert oder wie? Ich habe keine Ahnung. Also scheinbar, so wirkt das auf mich ja. Dieser Tweet übrigens, den ich hier gerade vorgesagt habe, zumindest der von, wie heißt da, Horizont, der ist jetzt so drei, vielleicht vier Stunden alt und der andere, glaube ich, nicht viel älter. Also das ist mehr oder weniger aktuell. Ich habe jetzt gerade nicht nochmal gerade eben auf Refresh gedrückt, aber das ist der Stand heute gegen 14, 15, 15, 30 oder sowas. Es ist schon sehr, sehr merkwürdig. Das heißt also, nach allem, was wir wissen, hat also ein Grüner diese Woche von zwei Arabern eine geklatscht bekommen und ein SPDler ist ins Krankenhaus geprügelt worden, ohne dass irgendwelche Motive, geschweige denn die politische Ausrichtung des Täters, irgendwie bekannt wäre. Das und nichts anderes ist halt der aktuelle Stand. Trotzdem, natürlich kommen Politiker und politisch motivierte Journalisten natürlich wieder hart zum Kampf gegen Rechts. Bei dem Drecksblatt seit Online erfahren wir zum Beispiel, dass sogenannte Bündnisse, also vom Steuerzahler finanzierte Pressure Groups zu Demonstrationen gegen Rechts in Berlin und Dresden aufrufen. Der erste Satz aus dem Artikel, ja. Nach den jüngsten Angriffen auf Politiker und Wahlkampfhelfer haben zwei Bündnisse für diesen Sonntag zu spontanen Demonstrationen in Berlin und Dresden aufgerufen. Nochmal, bei einem dieser Angriffe wurde der Täter als Araber beschrieben oder die Täter, ja. Bei dem anderen will die Polizei nicht damit rausrücken, ob es möglicherweise ein rechtes Motiv gibt. Und der dritte angegriffene Politiker waren AfDler. Und der Effekt davon? Da war erst mal eine Demo gegen Rechtsveranstalten. Sowohl nach innen als auch nach außen nutzt sich der Effekt davon von diesen großen Demos gegen Rechts ja auch ab. Also es werden immer weniger kommen. Wenn jetzt wir geben, scheiß diesen Krampf veranstalten. Irgendwann, wenn dann auch wieder ein großes Ding kommt, irgendwas, womit sie zumindest öffentlichkeitswirksam Stimmung machen können, dann wird das auch nicht mehr so mobilisieren können, wenn sie davor schon ihr Pulver verschossen haben wegen irgendeinem, keine Ahnung, Grünen, der von einem Haufen Migranten auf die Fresse bekommen hat. Ich bin, was das passiert ist, natürlich überhaupt gar kein Experte. Ja, aber gefühlt haben die mit diesen Wahlkampfkampagnen vor dieser EU-Wahl viel zu früh angefangen. Also auch die Korrektivgeschichte, das war alles zu früh, um der AfD bei der Wahl das Genick zu brechen. Also auch klar, ich glaube, zwei Wochen vor der Wahl wäre besser gewesen. Zwei Wochen vor der Wahl, dann kriegt er am besten noch einen Maulkorb bis zur Wahl von der AfD und kann sich gar nicht mehr wehren und die Leute haben das noch präsent. Gut, dann haben wir noch Maya Pfister. Das ist Europawahlkandidatin für die FDP und die schrieb auf Twitter, es darf in Deutschland niemand Angst haben müssen, der Satz ist ziemlich nice, es darf in Deutschland niemand Angst haben müssen, für eine demokratische Partei Plakate aufzuhängen. Demokraten müssen zusammenstehen für demokratischen Wettbewerb gegen Hass und Gewalt. Hashtag Europawahl 2024, Hashtag Demokratie verteidigen. Für eine demokratische Partei. Ja. Wozu wurde dieses Wort geframed? Als ein Ausschlusskriterium für welche eine Partei? So sieht es aus. Niemand sollte Angst haben müssen, Plakate aufzuhängen, es sei denn, diejenigen hängen Plakate für die AfD auf, denn was eine demokratische Partei ist und was nicht, das entscheidet im Zweifelsfall dann zum Beispiel Maya Pfister von der FDP. Also einfach ist das. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Fall. Das ist dann der angeriffene AfDler. Ich lese vor, der AfD-Landtagsabgeordnete Holger Kühnlenz ist am Samstag in Nordhorn angegriffen und leicht verletzt worden. Die Polizei hat einen Mann gefasst. Ihm wird gefährliche Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen. Der 29-Jährige soll den Politiker laut Polizei am Vormittag an den Impfvostand der AfD zunächst mit Eiern beworfen und später ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann habe zunächst gegen 8.45 Uhr aus einem Brot heraus zusammen mit einer noch unbekannten Frau Eier auf den Abgeordneten geworfen, ihn aber nicht getroffen. Gegen 9.15 Uhr seien beide Personen zu Fuß zu dem Infostand der Partei zurückgekehrt, teilte ein Polizeisprecher mit. Beide seien vermummt gewesen. Der 29-Jährige habe den AfD-Politiker erneut mit einem Ei beworfen und am Kopf getroffen. Der Landtagsabgeordnete habe den Mann zur Rede stellen wollen. Daraufhin habe dieser ihn zunächst beleidigt und dann ins Gesicht geschlagen, so der Sprecher. Der Angreifer soll laut Polizei nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung gehalten. Gut, dann hat AfD-News auf Twitter noch ein Bild dazu gepostet. Also, wenn die sich nicht als linkes Pack herausstellen, dann fresse ich einen Besenstiel. Ja. Bist du anderer Meinung, Schlummer? Wie wenn das optisch? Konnte man den Täter dem rechtsextremen Spektrum zuordnen? Ja. Ich meine ja hier vollkommen. Zumal es woanders hieß, sie waren dunkel gekleidet. Schwarzer Block-Style. Genau der Stil, in dem sie in Massen dann auf Demos gehen, damit diejenigen von ihnen die Gewalt verüben können, das tun können und sich dann wieder verstecken können in der grauen Masse. Ja, ich habe mir jetzt auch überlegt, greifend die, ist es plausibel davon auszugehen, dass das dann auch Linksextreme waren, die den SPDler zusammengelatzt haben und kurz zuvor den Grünen. Möglich. Und ultra plausibel ist es nicht, aber es ist jetzt nicht komplett Hanebüchen. Ja. Ich finde auch. Ich habe ein gutes Indiz für dich, Schlummer. Ja. Ja. In der Bild gibt es ein Foto, ich habe dir das leider nicht geschickt, ihr müsst mir einfach vertrauen, ja, von dem Tatort. Ja, da steht auch die, der Straßenname und die Ausnahme, ich habe leider vergessen, welche Straße das war, ich habe es glaube ich vorhin vorgelesen. Da gibt es ein Bild vom Tatort, also ich glaube Bild schreibt Wort deutlich vom Tatort, ja, oder hier hat die Tat stattgefunden, also ich nicht. Und da siehst du ein Plakat der SPD und direkt da drüber eins der AfD. Und Linke sind jetzt für alles mögliche bekannt, aber nicht dafür übermäßig intelligent zu sein. Ja, und jetzt war das auch noch abends, ja. Vielleicht schielt der ja auch noch der 17-jährige Quentin, ja, Quentin Jott und hat gedacht, da hängt gerade jemand ein AfD-Plakat auf. Ja. Denn nochmal, der Tatort zeigt ein AfD-Plakat und da drunter ein SPD-Plakat. Wäre eine mögliche Erklärung. War das auf keinen Fall ein Rechter? Nein, ich habe keine scheiß Ahnung. Ja, aber die Leute, die jetzt dafür trommeln, die nächste Demo zu veranstalten und zu veranstalten und Nancy Faeser, die irgendwelche Angriffe verurteilt und so ein Scheiß, ja, die haben noch viel weniger davon Ahnung als ich. Es würde auch dazu passen, dass er sich stellt. Es würde einen Tag zu spät so einen Post absetzen. Ja. Ja, das würde auch dazu passen. Wieso würde der Rechtsextreme sich stellen danach? Wieso, also das wirkt fast so wie obsi, das wollte ich nicht. Wobei, wie soll das passieren, wenn man ein Rechtsextrem, also inwiefern wollte er das dann nicht? Es tut ihm leid, er geht zur Polizei. Also es passt schon ins Bild. Wir wissen es natürlich nicht, aber es wäre unglaublich lustig, wenn es so wäre. Ja. Also ich denke, aktuell ist zu in etwa 50-50, meine Einschätzung. Ja, und das, obwohl ein SPDler und ein Grüner angeriffen wurde. Also da zum Ergebnis zu kommen, ah, ich würde schätzen 50-50, das heißt, der Fall muss schon sehr merkwürdig sein. Einmal Migranten, einmal Antifa, das wäre schon sehr, sehr lustig. Ich mag auch diesen Schnappschuss hier, das ist schon in einem sehr schönen Moment aufgenommen. Man sieht hier noch das Ei, das von Enz geworfen wird. Man sieht es im Flug auf diesem Bild. Ja. Ist das? Ich nehme mal ihn als Zeilenstock. Ja, sehr schöner Schnappschuss. Gut, und um dann jetzt im Gegensatz zu unserer Qualitätspresse hier mal ein ganzheitliches Bild abzuliefern. Also wie ist das denn so im Großen und Ganzen mit körperlichen Angriffen auf Politiker? Es gibt eine kleine Anfrage von der AfD vom Januar 24, Drucksache 2010177 und daraus habe ich mal ein Diagramm gebastelt. Das werde ich auch gleich auf Twitter posten und im Live-Chat nochmal verlinken. Dann könnt ihr euch das runterladen und zukünftig unter Diskussionen, die diese Themepunkte hier berühren, posten. Ihr seht hier Gewaltdelikte und Beleidigungen zum Nachteil politischer Repräsentanten 2019 bis 2023 habe ich einfach die Zahlen auf. Die führen da jede Deliktsart einzeln auf und jedes Jahr einzeln auf. Ich finde diese PDF unmöglich. Das hat leider auch viel zu lange gedauert, aber da habt ihr jetzt mal die aufsummierten Zahlen und für mich der wichtigste Punkt ist halt der, ihr seht, Gewaltdelikte werden vor allem an AfDlern begangen. Also AfD auf Platz 1 mit mehr Gewaltdelikten zu ihrem Nachteil als Platz 2 Grüne und SPD Platz 3 zusammen. Es ist halt eindeutig, wer hier am häufigsten angegriffen wird. Die Presse macht daraus natürlich was anderes. Ihr habt das vielleicht nur kommt. Vor zwei Wochen in etwa hat die Presse unter anderem ZDF zum Beispiel dann sogar zwei Artikel produziert. Ja, die Angriffe auf Politiker und so alles ganz, ganz schlimm. Die Beleidigungen mit berücksichtigen. Ich würde übrigens auch raten, auch das ist falsch. Also in der Summe, die tatsächlich sich ereignet, werden sie auch nicht Platz 1 der Beleidigungen sein. Ich denke, sie zeigen die halt häufiger an. Ich meine, das ist ja der Klassiker. Du musst ja nur irgendein Sachverhalt mal auf Twitter die Kommentare durchgehen. Ich meine, wir hatten eine neue Strazi, das ist keine Grüne, aber das ist eine hundertprozentige, was das System angeht und die hat ja Leute dafür. Die hat quasi eine Anzeigeagentur, die Twitter durchforstet nach so einem Zeug. Welcher AfDler hat das? Ja, gut Freunde, dann habt ihr jetzt hier mal die absoluten Zahlen. Viel Spaß damit und ich bin damit durch. Vielleicht nächste Woche noch ein kleiner Nachtrag, insbesondere der Quentin J. Der interessiert mich doch sehr. Ja, was war da los? Gucken wir mal. Quentin, was für ein Name auch. Wer nennt seinen Sohn Quentin? Ja, das klingt, als hätte man beratschlagt, ob Malte Sören oder Quentin. Und da ist dann natürlich auch die politische Ausrichtung, klar. Also nochmal, ich vermute, ja, es ist gut möglich, dass das alles andere als ein rechter war. Ich glaube, damit sind wir durch. Ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall wieder sehr lustig und wir sehen uns dann spätestens nächsten Sonntag, wie immer live bei der nächsten Honigwerbe, 18 Uhr, wie immer. Machst du einen Kaspercast am Donnerstag? Ja, höchstwahrscheinlich. Alles klar, Donnerstag auf Twitch Kaspercast. Ja, ansonsten bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.